An den Schlagzeilen rund um Rammstein und Till Lindemann kam in den letzten Wochen wohl niemand vorbei, auch nicht Montana Black, dem im Netz nun gehörig der Kragen platzte. Rammstein. Immer mehr Promis äußern sich zu Vorwürfen um Till Lindemann. Die Schlagzeilen rund um Rammstein und Till Lindemann, 60, nehmen kein Ende, ebenso wenig wie die Diskussionen im Netz. Nachdem mehrere Frauen schwere Anschuldigungen gegen den Rocker erhoben hatten, die der über seine Anwaltskanzlei als ausnahmslos unwahr zurückwies, spalteten sich die User in den sozialen Netzwerke gefühlt in zwei Lager, während viele Fans weiterhin fest hinter der Band stehen und Zweifel an den Anschuldigungen der Frauen hegen, stellten sich die anderen umgehend hinter die Frauen. Auch etliche Promis äußerten sich bereits zu dem Thema, nach Till Lindemanns Ex-Freundin Sophia Tomala, 33, die dem 60-Jährigen mehr als deutlich den Rücken stärkte, zog beispielsweise auch Verena Kert, 41, nach, die den Musiker nach eigenen Angaben seit Jahren kennen will. Andere, wie beispielsweise die Pochers, zeigten sich deutlich kritischer zu dem ganzen Thema, Montana Black, worüber reden wir hier eigentlich? Wem wegen der Vorwürfe aber nun gehörig der Kragen platzte, ist laut Merkur.de Twitch-Streamer und YouTube-Bekanntheit Montana Black, 35. Der regte sich in einem Livestream nun tierisch über die Vorwürfe gegen Rammstein auf, worüber reden wir hier eigentlich? Soll sich der Streamer deutlich echauffiert gezeigt haben. Seiner Meinung nach könnte niemand dieses Verhalten rechtfertigen. Weiter fand Montana Black noch deutlichere Worte, die laut des Online-Portals, obwohl er Till Lindemann oder Rammstein nicht namentlich erwähnt haben soll. Aufgrund der geltenden Unschuld-Vermutung sogar Konsequenzen haben könnten. Dennoch erklärte er Da gibt es keine Rechtfertigung für. Es ist mir scheißegal, wer du bist.